Auf geht's! Schönen guten Morgen, jetzt sind alle munter. Willkommen beim Aufsteirern, willkommen am Tummelplatz, das Bühnenprogramm geht los. Die Schnalzer der Volkstanzgruppe Bad Gams haben uns jetzt aufgeweckt mit einem richtigen Schnalzer. Ihr seht jetzt Volkstanzen und Schuhplatteln in der nächsten halben Stunde. Der Professor Franz Deutschmann hat seinen Heimatluftkompressor schon geschnallt. Bitte, was sehen wir zuerst? Untersteiner Landler und dann noch einen zweiten Tanz, aber die Burschen haben noch ein paar anständige Schnalzer für uns. Hey, auf geht's! Applaus 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 Musik 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 Musik